FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir sind immer noch dabei, die instruktive These Albert Maschiteks nachzuvollziehen und zu überprüfen, dass die Marx'sche Theorie einem jüdischen Humanismus folgt, der in der Sozialisation in einer Rabbinerfamilie grundgelegt wurde und Marx's Hegel-Aneignung und Kritik in der frühen und mittleren Phase bestimmte. Die judenfeindlichen Zitate Marxens hatten wir vorher auch schon ausführlich diskutiert und vom Antisemitismus abgegrenzt. Anders als seine zeitweiligen guten Freunde, sei es Proudhon, sei es Feuerbach und Bauer, sieht Marx nicht das Judentum als Ursache oder Grund der Geldwirtschaft, des Zinses, der Ausbeutung in der kapitalistischen Gesellschaft, sondern umgekehrt sieht er die jüdische Weltsicht als bewusstlos durch die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft und ihre Vorformen bestimmt. Also die Juden nicht als Täter, sondern als Opfer, was allerdings Marx schon genügend verhasst war. Die Thesen von Moishe Poston, der ja leider vor kurzem verstarb, haben wir immer wieder aufgegriffen und von verschiedenen Aspekten her beleuchtet und die Denkformanalyse im Sinne einer ökonomischen Wirklichkeitskonstitution auch auf den Antisemitismus bezogen. Des Weiteren haben wir aber der Versuchung widerstanden, in einer ähnlichen Weise wie Anfang der 70er Jahre, die Staatsableitungsdebatte, den Staat aus der Wehrform abzuleiten, was ja ein schon von Marx weitgehend in Frage gestelltes Schema von Basis und Überbau oder wie es manchmal auch mehr höhnisch Unterbau und Überbau genannt wird, voraussetzt. Schon der für Marx immens wichtige Begriff der gesellschaftlichen Arbeit oder materiellen Produktion impliziert ja eine zweckgerichtete Tätigkeit, in der die Menschen, bevor sie zum Beispiel ein Gebäude bauen, es im Kopf gebaut haben müssen. Wenn aber das schon hier der Fall ist, kann unmöglich aus der sogenannten Basis so etwas wie überhaupt als ein Sekundäres von einem Primären abgehoben werden, ohne dabei einem tautologischen Begründungsverhältnis zu unterliegen. Das bedeutete dann, dass was man an ideologischen Formen ableiten möchte, in dem, woraus man es ableiten will, bereits drin steckt. Es ergibt sich zwar aus der Analyse Marxens, dass die Natur etwas ist, was die gesellschaftlichen Verhältnisse übergreift, ebenso wie die Gesellschaft für die Individuen und deren Erkenntnis ebenso einen objektiven Realgrund ausmacht. Aber daraus ist nicht zu schließen, dass der subjektive Erkenntnisgrund selber jeweils aus den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Natur herleitbar ist. Der objektive Realgrund ist eine notwendige Bedingung, aber keineswegs der zureichende Grund für die Denkform der Individuen oder, und mit Günther Stern, der sich anders nennen musste, das heißt, als Günther anders bekannt wurde, der Deividuen. Würde man Marx nun so etwas wie jüdischen Selbstherz unterstellen, den wir gar nicht feststellen konnten, weil so freiwillig die Konversion der Familie Marx, beziehungsweise eines Teiles, während die anderen noch Juden blieben, gar nicht war, hätte man ebenso dies im Kontrast zu so etwas wie das jüdische Denken ebenso zu zeigen, wie sich das dann niederschlug. Aber in der marxischen Lebenszeit war es ja so, dass die Religionisierung oder Konfessionalisierung des Judentums, wie sie im Bezugsrahmen der bürgerlichen Revolution stattfand, noch im vollen Gange war. Über Jahrhunderte haben die Juden sich als Ethnie aufgefasst und wurden von ihrer Außenwelt als solche aufgefasst, nicht als eine Religion unter vielen monotheistischen. Wo man abstrakt allgemein von Religion spricht, obwohl im strengen Sinne es nur im Christentum Sinn macht, weil der Begriff ja im Kontext des standenden Christentums seine positive Bedeutung bekommen hatte, und der Begriff zunächst einmal jede Bezugnahme auf transzendente Mächte umfasst, die ursprünglich sogar pejorative Konnotation hatte, konnte man auch vom Judentum als Religion sprechen, obwohl das Judentum mehr als das doch eine spezifisch historisch gewordene und sich verändernde Lebensform oder Form von Vergesellschaftung ist. Als bloße Religion wäre jüdischer Humanismus ja ein Exümerum, ein Widerspruch in sich selbst. Wenn Essayo Elajowicz verneint, Humanist zu sein, weil er darunter eine kosmopolitische, sich auf die ganze Menschheit beziehende, pazifistische und anarchistische Auffassung von Menschen versteht, die sich nicht auf eine Gruppe bezieht, was er nicht teilt, dann ist das ziemlich rigoros, aber konsequent. Masichsek aber schreibt Marx einen jüdischen Humanismus zu und verortet ihn in Marx' negativ-anthropologischen Gesichtskreis, in der fünf Momente auszumachen sind. Erstens, die gesamte räumliche und zeitliche Ausdehnung der Menschheit als eines Prozesses, der mit der außermenschlichen Natur in ständigen Stoffwechsel steht. Zweitens wird unter den allgemeinen Begriffen Mensch, Menschheit, Gesellschaft usw. jede Abstraktion als unwahr entlarvt, also so etwas wie eine konkrete Allgemeinheit konzipiert, keine abstrakte, in der jeder Einzelmensch und jede Gruppe, je stärker individuell sich ausprägt, individuelle Besonderheit ausmacht, die ganze Menschheit in sich trägt, was einem über Feuerbach hinausgehenden Gattungswesen entspricht. Drittens ist die gesellschaftliche Menschheit, die menschheitliche Gesellschaft oder der positive Humanismus, das Tell aus der Geschichte, wobei hier kein Endzustand ausgepinselt wird. Viertens, ein selbstverständliches fließendes Übergehen zwischen kollektiven und individuellen Gesichtspunkten und fünftens, eine menschheitliche Verwirklichung in Form der Praxis als Einheit des individuell-gesellschaftlichen Denkens und Handelns, als ein Handeln im Elementaren und Totalen, aber eben nicht totalitären, sich identifizierens. Letztes Moment fanden wir ja bereits in Marx' Abituraufsatz, wo er eine Berufswahl im Sinne des Gesamtinteresses der Menschheit beschrieb, die ja gerade durch die sich entwickelnde kapitalistische Gesellschaft sowohl verunmöglicht wurde, aber in verkehrter Form bereits die Keime, die Potenziale einer vernünftig eingerichteten Menschheit, sei es enthält, sei es in Form sich erweiternder produktiven Kräfte erst entwickelt. Zu der Zeit als Abiturierend konnte Marx das natürlich noch nicht ahnen, was er dann selber in späten Schriften wie das Kapital herausgearbeitet hatte. Dass hier ein jüdischer Humanismus drinsteckt, kann Massizek durch die seinerzeit entwickelnde Soziologie der biblischen Theologien besser begreifen, als es das 19. Jahrhundert überhaupt konnte. Die frühe soziale Organisation, die Caos, ein französischer Ethnologe, als organische Solidarität bezeichnete, die die Gruppe eint, bestand noch aus der absoluten Abhängigkeit des Individuums von der Gemeinschaft. Im 9. und 8. Jahrhundert, also vor unserer Zeitrichtung, wich dieses Verhältnis der Juden zu ihrer Gemeinde, die wo Organ und Organismus sich verhielt, einer primitiven Geschlossenheit, einer Periode verstärkter Inversation, in einer Periode, die als Kananisierung bezeichnet wurde und die auch ihre Gegner einer Hierarchisierung und des Verrats am Bunde hatte. Massizek sei zitiert, Der Einzelne wird zum Träger der Verantwortung für das Ganze, das weiterhin als die konkrete Vielheit aller Einzelnen empfunden wird und wirksam ist. Im deuteren Numium erscheint die primitive Geschlossenheit der alten Stämme und Familien aufgehoben, in einer Verbindung von Freiwilligkeit und Gemeinschaftsgeist. Anstelle der alten psychisch-mystischen Solidarität entsteht eine gewollte Solidarität, Brüderlichkeit. Die Ermahnungen und Gebote, Yahwes, seine Segnungen und Versprechen, richten sich stets an das ganze Volk Israel. Aber bezeichnenderweise trachtet das Deuteronomium in seiner Konzeption des Strafrechts, sich der alten Begriffe der Kollektivverantwortung zu entledigen. Auch wendet sich der Prediger des Deuteronomiums an das Herz des Individuums, die Verantwortlichung des Einzelnen hervorhebend. Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit sind von dieser Zeit an im Hebräischen Synonyme. Das eigentümliche, von keinem anderen Volk ähnlich entwickelte Gemeinschaftsgefühl wird von den Juden auch in der Diaspora mitgenommen und in Wechselwirkung mit der jeweiligen Sonderart der nicht-jüdischen Umgebung verstärkt und weiterentwickelt. Soweit Massitik. Auch Adorno und Horkheimer bezogen sich ja auf solche Theorien, insbesondere der Dürkheim-Schule, die auch solche Begriffe geprägt hat, und von Lucien Lévi-Brü. Massitik zitiert so denn auch den Soziologen de Fré. Nach de Fré muss man den Inhalt dieses Begriffes, gemeint ist Corporate Personality, zu erfassen von den landläufigen philosophischen Denkformen absehen und sich um eine neue semitische oder biblische Geisteshaltung bemühen. Um mit dem Wort Gottes wirklich vertraut zu sein, das sich in einfachen und lebendigeren Form kundtut, als wir es von unserem abendländischen Denken her gewohnt sind, darf man vor keine Mühe zurückchecken. Anstatt die heilige Schrift in einem griechischen oder rationellen Geist auslegen zu wollen, lassen wir sie hinnehmen, so wie sie ist. Das heißt, durchdrungen von wirklichen eigenen und eigentümlichen Begriffen und Ausdrucksformen. Ich füge hinzu, dass man im Verständnis der Bibel nicht weiterkommt, wenn man sich einfach, wie es Papst Pius XI. tat, zum geistigen Semiten erklärt. In der Bibel handelt es sich um eine Frucht jüdischen Geistes. Es gehört zu dessen Einzigartigkeit, dass eine Vermittlung den Juden vorbehalten ist. Eine theologische Wertung, die zwischen der Bibel und dem abendländischen Judentum keinen Zusammenhang sehen will, sollte endgültig der Vergangenheit angehören. Hier war ein Masyczyk vor der alttestamentarischen Wissenschaft, die antijüdische Tendenzen hervorgebracht hat und kritisiert auch die christliche Vereinnahmung, die darin liegt, sich zum geistigen Semiten zu erklären. Selbst dann, wenn der Papst das gut gemeint haben sollte. Die christliche Bibelwissenschaft geht Masyczyk zufolge auf die Judenfeindlichkeit des Frühchristentums zurück und man dürfe auch nicht den propagandistisch-polemischen Charakter des sogenannten Neuen Testaments übersehen und auf das jüdische Element reduzieren. Die Rede von jüdisch-christlicher Kultur oder jüdisch-christlichen Abendland gehört ja zu dem Wischiwaschi bis heute, aber der Begriff der Corporate Personality deutet auf einen im Abendland fremde Realität. Masyczyk präzisiert noch, dass Corporate by the Fremme bedeutet, dass eine ganze Gruppe einschließlich ihrer toten, lebenden und noch kommenden Mitglieder wie ein einziges Einzelwesen handeln kann, und zwar durch irgendeines ihrer Mitglieder, das sie zu vertreten berufen ist. Das erinnert nicht zufällig an Marxens Abitursaufsatz und auch an die Marx'sche negative Anthropologie. Und Masyczyk zitiert dann noch um etwaige Verwechslungen mit Totalitarismus, wie sie in der wahren Form als Denkform in der von Jaspers Achsenzeit genannten Epoche entspringende Repressionen gegenüber dem Individuum durch seinen abstrakten Idealismus hindurch vorliegt, dem die abstrakte Rechtsform gesellschaftlich entspricht. Das Verhältnis von Einzelwesen und Gemeinschaft in totalitären Gesellschaften sind mit Kooperativpersönlichkeit nicht gemeint. Und die gilt es, das ist Antisiderat für jede menschliche Emanzipation, gerade zu vermeiden. Die idealisierende Personifikation, exemplarische Persönlichkeit, ist nach der Freie Anlass nämlich wie folgt bestimmt. Es geht nicht einfach darum, ein mehr oder weniger straffes Verhältnis zwischen Einzelwesen und Gemeinschaft festzustellen, sondern man muss darüber hinaus auch berücksichtigen, dass diese beiden Seiten der Kooperativpersönlichkeit durch ein wirkliches physisches und konkretes Band miteinander verbunden sind. Im Gegensatz zu einer juridischen, recht äußerlichen Solidarität bilden Einzelwesen und Gemeinschaft ein Ganzes, eine einzige totale Wirklichkeit. Es geht hier eben um eine Schau des Geistes, eine Denkform, die sich schwerlich mit unseren philosophischen, von Aristoteles her überlieferten Denkart vereinbaren lässt. Wir müssen uns nun einmal daran gewöhnen, die beiden Enden der Kette gleichzeitig zu erfassen, da sie eine einzige Wirklichkeit und ein psychisches Ganzes ausmachen. Maschitzek geht darüber hinaus zu Marx, bei dem der Mensch von seiner Ökumene, also seiner Welt, nicht trennbar ist. Den Ausdruck Umwelt vermeide ich jetzt hier, in Maschitzek verwende den, weil von Menschen die Rede ist, die in einem universellen Weltbezug einbezogen sind. Maschitzek sieht auch die Untrennbarkeit des Menschen vom Boden, so wie auch die Tiere nicht vom Menschen zu trennen sind, wobei die Bibel zitiert wird, dass bei der Vernichtung von Völkern auch Rinder, Ese und Schafe zum Abfall fallen. Also im ersten Buch Samuel 22, 19. Also entgegen allen Vorurteilen gegenüber diesen Schriften. Und Mord ist als Vergehen gegen den Dekalog auch etwas, was immer die ganze Gemeinschaft betrifft, auch wenn nur der Täter bestraft wird. Die Verantwortlichkeit ist weder rein kollektiv noch ausschließlich individuell. Ersteres kennen wir vom Stammeswesen, worauf Uwe Wesels Rechtskunde auch hinweist. Wenn jemand aus einem fremden Stamm ein Mitglied des eigenen tötet, hält man sich an irgendeinem Mitglied schadlos. Innerhalb des eigenen ist die Strafe ja schon identisch mit der Tat und dass die Verantwortung nicht nur individuell ist, wie im Strafgesetzbuch, ist eine Besonderheit dieser frühen Gesellschaften. Im Talmud ist es ja so, dass wer einen Menschen tötet, es so ist, als ob er die Menschheit tötet. Und wer ein Individuum rettet, rettet die Menschheit. Etwas, was sogar im Koran herbeizitiert wird, aber in Bezug auf die Juden, was am liebsten dann gleich für den Islam vereinbar wird, in einer Apologetik, sozusagen als kulturelle Aneignung des Judentums durch den Islam. Marx, der anders als sein Freund Engels, der noch einen zweistelligen Millionenbetrag, das am Tode vererben konnte, immer so ziemlich am Hungertuch nagte, ständig verschuldet war und schon früh für die politische Arbeit sein ganzes Geld ausgegeben hatte, ohne dass die Zeitung, die er davon kaufte, dann überlebte, da er die Obrigkeit das nicht wollte, hat er immer in so einer Art Kooperativpersönlichkeit für die Menschheit als solche eingesetzt. Auch wenn er, um zu überleben und weiterkämpfen zu können, zeitweilig sehr ruppig war und Konkurrenten wie Bakunin, der ihn, weil er ihn als Juden ja gar nicht mochte, scharf, manchmal auch ganz unfair bekämpfte, die jugendlichen Motive, die der Tradition seiner Rabbinerfamilie entstammten, hat er also nie ganz verloren. Man hat Marx oft mit den Propheten verglichen, ja den ganzen Marxismus, dem Marx sich ja gar nicht zurechnete, als falsches Prophetentum zu entlarven gesucht. Edmund Silberner, den wir in diesem Zusammenhang auch schon erwähnten, meinte er, dass Marx die Linie der Propheten fortsetze und dass dies die Grenzen des nüchternen Denkens übersteige. Derartige Analysen, wenn man sie so nennen darf, sind weder ein Leuchten noch erschöpfend. Allerdings bezweifelt Masi Zergerechtens die Triftigkeit solcher Aussagen, zumal Silberner das nicht belegt. Dies gehört zu den Stereotypen der Marx-Interpretation, die ja noch heute letztlich mal in der Diskussion von Sarah Wagenknecht und Hans-Werner Sinn reproduziert werden, und dem ich mich in der Juni-Sendung noch widmen werde, wo ich dann noch ein bisschen etwas sagen will zu den neueren Biografien und wie die sich dann zum Antisemitismus stellen, worum es uns sonst ja hier geht. Nun gibt es Auffassungen von Juden, etwa die Leo Becks, nach der jeder Jude zum Prophetentum berufen sei. Also jeder Einzelne, nicht irgendwie jemand stellvertretend. Ganz Israel sei Bote des Herrn, der Messias, der Knecht Gottes, der die Religion für alle Lande hüten solle. Auch der christliche Theologe Paul Tillich, bei dem sich Adorno mit seiner Kelke-Gastschrift habilitierte, interpretiert das Judentum aus seiner prophetischen Tradition und für Franz Rosenzweig sind die größten Politiker der Juden die Propheten. Johann Narnblochs Geschichtsphilosophie eines prophetischen Universalismus, die Masizek dort auch heranzieht, hat in der alten Prophetie die Auffassung gesehen, dass Gott die Geschicke Israels und der Weltvölker lenke und einheitliches Geschehen bilde. Zitat, Die Tora heiligt Israel und sondert es wie alles Heilige ab und verbindet doch zugleich Israel mit den Völkern, die im Ebenbild Gottes geschaffen und im Geheimen mit Israel geeint, auch dessen Nächste im Sinne des Liebesgebots sind. Durch die Tora wird der Universalismus Israels in der Zeit des Zweiten Tempels zur geschichtlich wirksamen Zeit und Kraft. In ihr gehalten konnte die Volksgemeinde sich aller Orten konstituieren. Ihr Folgen drängte sie in die Weite, bildete die Diaspora aus und brachte das Wort der Propheten als konkrete Lebensgestalt zu den Völkern. Es wird hoffentlich auch schon ein bisschen deutlich, warum man sich überhaupt mit solchen religiösen Problemen beschäftigt, nämlich weil diese für die gesellschaftliche Praxis, auch für die materielle Produktion über Epochen hinweg eine größere Bedeutung gehabt haben. Anders als heute, wo sich das doch etwas verändert hat, wo das Kapital als solches herrscht. Durch die Propheten wurde der Begriff der Menschheit gebildet, während in der vorprophetischen Auffassung die Beziehung Gottes zum Volksganzen im Mittelpunkt stand, die bei den älteren Propheten nicht geleugnet wurde, wie Julius Gutmann betont. Das ist ein bekannter jüdischer Forscher. Später wurde die individuelle Religiosität vom Standpunkt der prophetischen Gottesvorstellung aus betrachtet. Die individuelle Selbstverantwortung wird sehr betont. Die göttliche Gerechtigkeit erstreckt sich auch auf die Individuen, nicht nur auf das Volksganze. Schollem betont zu Recht, dass der jüdische Messianismus sich nicht wie der Christliche auf das Bereich des Geistlichen bezieht, sondern weltimmanent zu interpretieren ist. Die Dialektik von Erfahrung und Erwartung, die damals, 18. und 19. Jahrhundert entstehenden Geschichtsphilosophien ausmacht, sind daher auch mehr von der Erfahrung her bestimmt, von der Auffassung der Geschichte, was auch immer Marx immer da bestimmte. Die Vervollkommnung der Welt ist allerdings eine menschliche Aufgabe. Und genau das ist es ja auch, was solche Religionskritiker, die durch die jüdische Sozialisation durchgegangen sind, zu einem jüdischen Humanismus führt. Also zu dem, was Maschitek da also anhand von Marx herausgearbeitet haben will. Wenn Maschitek Georg Vorras Interpretation der prophetischen Botschaft heranzieht, dann betont er das Ziel, das darin bestünde, dass die einzelnen Glaubenden sich zu einer Gemeinschaft zusammenfinden, die das wahre Gottesvolk ist. Die Aufgabe jedes einzelnen und der Gemeinschaft der Glaubenden ist es, die Gottesherrschaft und Gottesgemeinschaft auf dieser Erde hier und jetzt durch ihr Leben zu verwirklichen. Und Maschitek interpretiert das, das Werk des Messias vollzieht sich nicht durch die nachträgliche Erlösung von Sühne und Schuld, sondern durch die Herrschaft von Wahrheit und Vernunft in dieser Welt. Maimonides verlangt Vernunft, Weisheit und politischen Kampf. Das klingt also immer alles sehr theologisch, sehr rein theoretisch, aber hat durchaus seine praktischen Konsequenzen immer gehabt. Wir wissen ja, was so alles gemacht worden ist auf Basis von Glauben, Religion und so weiter. Das alles hat auch Bedeutung für die ethischen Anschauungen, die die Vorstellungen der Propheten bestimmen, die im Gegensatz zu den Heiden und Aristotelikern stehen, zu denen ja Maimonides selber ja auch noch gehörte. Und der Prophet gilt nicht als zufälliges Werkzeug, sondern er muss auf hoher intellektueller und sittlicher Stufe stehen. Die Vorstellung vom reinen Toren, also dem Vollidioten, ist dem jüdischen Denken immer unerträglich gewesen. Man denkt ja nur an den Weisen, Salomon. Die Verfolgung, Einsicht und Erkenntnis gilt als höchstes Gut des Menschen und der Verwirklichung Gottes. Dazu gehört selbstverständlich auch das weltliche Wissen immer schon mit. Prophetie ist somit auch eine soziale und implizit wirtschaftliche Forderung. Sabbat, Ruhe, so arbeitsfreie Zeit, wissen wir ja heute, was das bedeutet. Im ganzen 19. Jahrhundert war es ja ein Kampf um freie Zeit. Das kann man alles bei Marx noch nachlesen. Abschaffung der Sklaverei kam dann auch schon sehr früh auf die Tagesordnung durch die alte Forderung nach deren Einschränkung. Das Judentum kennt ja keine Sakramente, kein Dualismus vom Heiligen und Profan, da war von jeher das Judentum zum dialektischen Denken gezwungen, Vielheit, also zur Einheit zu bringen, ohne das Besondere, also die Vielheit auszumerzen. Wenn in der christlichen Tradition Jesus zur göttlichen Person wurde, so wurde er damit entjudet, fetischisiert und die jüdischen Propheten zu bloßen Vorläufern und Wegbereitern des Christentums degradiert. Martin Buber, der auch mit Franz Rosenzweig, der hat immer zusammengearbeitet, hat, sah dann Heidegger als die Spitze von Missverstehen des Propheten, der Propheten Israels auf hoher philosophischer Warte an. Die Sicherheitssucht der Hörer der Propheten wurde niemals befriedigt, genau das machte wohl den Übergang zum Christentum aus, in dem alle Erlösung dann doch nur geistlich erfolgte, während die Welt so versöhnt blieb, wie sie war. Darum spielt mit wenigen Außennamen wie dem Hellenismus ein Leib-Seele-Dualismus, wie er im außerjüdischen Bereich mit der Vorstellung von Unsterblichkeit der Seele als Gegenpol zur Verwesung des Körpers verbunden ist. Auch im deutschen Idealismus spielte darum ein jüdischer Denker, nämlich Spinoza, eine große Rolle. Hier sehen wir auch, worauf Maschitek hinausfällt, eine gewisse Affinität des Judentums mit dem Sozialismus im Sinne eines universalistischen Sozialismus. Es ist daher sogar folgerichtig, wenn Adolf Hitler den ganzen Marxismus als jüdisch verdammt und den Antisemitismus auch gegen die Sozialisten endet. Johannem Blochs Buch Judentum in der Krise Emanzipation Sozialismus und Zionismus erkennt daher auch, dass ein Sozialismus oder Kommunismus, der seinen Namen verdient, ihre Ideen, Profil und Dynamik wesentlich auch vom Judentum erhalten haben und schreibt, das mosaische Gesetz hat zum ersten Mal das Privateigentum als unbedingt gültiges Gesellschaftsprinzip verworfen. Die jüdische Prophetie hat den Abendland die unbedingte, nämlich göttliche Forderung nach sozialer Gerechtigkeit vermacht. Und die biblische Verneinung einer selbstherrlichen menschlichen Machtausübung der Macht mächtig zu sein, ist die Verwerfung des Etatismus in seinem Wesenskern. Also auch haben wir da ein anarchistisch antistaatliches Moment da drin. Moses Hess hat dies sehr früh erkannt und betont. Er spricht von mosaischen, das heißt sozialistischen Prinzipien. Was Heinrich Heine formulierte, jeder Grabstein deckt eine Universalgeschichte, finden wir als Motiv, auch bei Moses Hess schon 1837, wo er den späteren Zionismus vorweg nahm. Das war ja ein Junghegelianer, war ein Freund von Marx und eben auch Jude und deswegen für unseren Kontext hier auch wichtig. Da der Gegner der Liebe alle seine Kraft aus den Einzelheiten schöpft, so schreibt Moses Hess, so wollen wir diesem Gifte seine Schädlichkeiten nehmen, indem wir es kenntlich machen. Man merke wohl, dem Bösen gehören die Einzelheiten aus dem Zusammenhang gerissen, der Liebe aber gehört das Ganze. Und weiter, die Idee des Kommunismus, mit welchem jeder sich einverstanden erklärt, ist das Lebensgesetz der Liebe angewandt auf das Sozialleben. Das Wesen des Menschen ist so, dass gesellschaftliche Wesen, das Zusammenwirken der verschiedenen Individuen für ein und denselben Zweck, für ganz identische Interessen und der wahre Humanismus ist die Lehre von der menschlichen Gesellschaftung, das heißt Anthropologie ist Sozialismus. Es geht also bei Moses Hess warm Humanismus, wie bei Marx positiven Humanismus, um etwas, was sich beim jüdischen Menschen traditionell auch schon findet. Marx hat sich, wie nur wenige, mit der christlich-abendländischen Kultur beschäftigt, mit der griechischen wie der deutschen Klassik, aber es ist nicht zu übersehen, dass er in diesem jüdischen Sinne weit darüber hinaus gegangen ist. Bei so vielen abwertenden Aussagen gegen jüdische Religion bei Marx, manchmal auch hinter einem Rücken jüdischer Freunde, über die er wütend war, wenn seine Familie hungern musste und krank war und er für Essen und Medikamente das Geld brauchte, während so Leute wie LaSalle nicht freimütig ihr Geld verspekulierten an der Börse, ihm aber dann nicht mal geringe Geldbeträge leihen wollten. Da fielen dann ja solche Formulierungen wie jüdischer Nikola Salle in privater Korrespondenz mit Engels, aber nicht öffentlich. Da hätte er ebenso gegenteilig schimpfen können, dass jene das Judentum verraten hätte, wenn er es genau nimmt. Zu solchen Aussagen und deren Interpretation werden wir das nächste Mal noch Beispiele aus der Zeit der Veröffentlichung zum Anlass des 200. Geburtstags Marxens diskutieren. Dass Marx sich niemals explizit mit dem Antisemitismus seiner Zeit auseinandersetzte und auseinandersetzen musste, lag auch daran, dass er dafür zu früh kam, aber auch zum Ende seines Lebens mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt war, die er niemals zu Ende brachte, sodass wir nur einen Band des Kapitals so haben, wie er es vorhatte. Die anderen sind von Engels nicht immer wie Marx sich das wohl vorgestellte zusammengestellt worden. Hätte er länger gelebt, hätte er sich wahrscheinlich auch mit denen auch schon zum Ende seiner Lebenszeit krasierenden modernen Antisemitismus beschäftigt oder beschäftigen müssen. Dass das jetzt nun fehlt, Mäusche Pistone ist auch schon geschorben und die Arbeit verteilt sich immer mehr auf die Überlebenden, die solche Aufgaben sich noch vornehmen. Den Witz geht es auch schon schlecht, den lasse ich mal. Aber heute muss ich wieder einmal den Bogen zu Ereignissen der letzten Tage und Wochen schlagen. Worum wollen wir solche Dinge überhaupt auf den Tisch bringen? Wir blicken in diesen Tagen auf den Qualitätsjournalismus, der trotz einiger Verbesserung in letzter Zeit, wo manchmal auch mal die richtigen in Talkshows und derartiges eingeladen werden, etwas zu sagen. Aber ziemlich monoton sind die Kommentare, als die USA ihren Beschluss von 1995, also mehr als 20 Jahre her, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, was es seit Jahrtausenden ja faktisch ist, endlich mal auch praktisch umzusetzen, indem man also eine Botschaft dort verlegt. Dass sich da jemand drüber aufregt, ist der eigentliche Skandal. Dass seit einiger Zeit die Hamas Menschen Palästinenser, die das nicht unbedingt freiwillig tun, an die Grenze schicken, um diese zu sabotieren, nicht mit gigantischen Mengen von Autoreifen, die angezündet werden und solche Sachen. Das zeigt aber auch der Unterschied zwischen den Drachen des Hasses, die auf Befehl der Hamas mit Brandsätzen über die Grenze geschickt werden, und die mit denen die Israelis dann antworten. Ich habe da so einen Artikel, aus dem ich da einige Zitate nehme, also von Jonah Schnitzer. Ein Molotow-Drachen hat den ganzen Weizen verbrannt und wir haben entschieden, dass es dort, wo es Drachen des Hasses gibt, auch Drachen der Liebe und des Friedens geben soll, sagten israelische Bewohner nachher der Grenze zu Gaza. Ja, was heißt das? Als Antwort auf die Anschläge von Molotow-Drachen, die in den letzten Wochen israelische Felder in Brand gesetzt haben, hielten Kinder aus dem israelischen Kibbutz Saad am Gazastreifen am Donnerstagabend ihre eigene Demonstration ab und sandten 250 Drachen mit Friedensbotschaften über die Grenze und nach Gaza. Jedes Jahr veranstaltet der Kibbutz eine traditionelle Vikorim Zerumonie, also erste Früchte zu Ehren des Shavuot Feiertages, der am Sonntag stattfindet. In diesem Jahr wurden die Weizenfelder der Gemeinde jedoch durch Brände, die von den Drachen aus Gaza ausgelöst wurden, schwer beschädigt. Ein Molotow-Drachen hat den ganzen Weizen verbrannt und wir haben beschlossen, dass dort, wo es Drachen des Hasses gibt, auch Drachen der Liebe und des Friedens geben soll, sagten Mitglieder des Kibbutz, die sich an einem der abgebrannten Felder versammelten, um die Drachen steigen zu lassen. Die Kinder aus dem Kibbutz bekommen die Drachen, sie malen Bilder und Friedensbotschaften drauf und wir werden sie steigen lassen. Wir wollen hier einfach in Frieden leben. Das Leben hier im Negev ist magisch und wir wollen, dass es so bleibt, hinzu. Wir waren bewegt von den Reaktionen der Anteilnahme und den Spenden. Das Gefühl, dass die Nation uns unterstützt, bestärkt uns hier sowohl im Alltag wie auch in Notfällen, sagte Efrat Schlummi, die Sozialpädagogin des Kibbutz. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den IDF-Soldaten und den Politikern zu danken, die Tag für Tag daran arbeiten, dass wir hier weiterhin in Sicherheit leben können, fügt sie hinzu. Die Veranstaltung im Kibbutz Saad fand nach einem Besuch von Präsident Reuven Rifflin in der Gegend am vergangenen Donnerstag Stadt, der sich mit Landwirten traf und sie für ihre Widerstandsfähigkeit in diesen schwierigen Zeiten in der Region lobte. Wir wollen nicht kämpfen. Alles, was wir hier wollen, ist in unserem Land in Frieden zu leben, sagte Reuven. Ich bin hierher gekommen, um sie zu grüßen, alle Bewohner rund um den Gazastreifen, aber vor allem sie, die Bauern, um ihnen zu sagen, dass sie die Größten sind, aber was die Hamas will, kann man an der Gründungskarte sehen und sie sagen, ist auch offen, so dass er Berichte von angeblich friedlichen Protesten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel sieht und hört es erst mal die Erklärung von dem Gründer der Hamas, Mahmoud Azad Zaha, der offen erklärt, dass die Proteste nicht friedlich sind und mit Waffen von Hamas unterstützt werden, zu vernehmen hat. Wer also schon die Gründungskarte nie gelesen hat und die Aufforderung alle Juden zu vernichten, der wird er wohl auch nicht in irgendeiner Diskussion überhaupt ernst zu nehmen sein. Das ist ja wohl klar. Aber was sagt jetzt nun die Erklärung von Mahmoud Azad nicht Gründer der Hamas Wenn sie Waffen haben, die von Männern eingesetzt werden, die Soldaten der israelischen Armee gefangen nehmen oder töten können, ist das dann wirklich friedlicher Widerstand? Das ist kein friedlicher Widerstand. Wenn wir über friedlichen Widerspann sprechen, täuschen wir die Öffentlichkeit. Dieser Widerstand wird von einer Militärmacht und von Sicherheitsbehörden verstärkt und erfreut sich enormer Unterstützung seitens der Bevölkerung. Mit enormen Unterstützung ist es nicht so weit her, wenn man hört, wie die Leute dann, wenn sie festgenommen werden, dann plaudern und herumjammern, dass sie das ja eigentlich überhaupt gar nicht machen wollten, aber sie werden sonst umgebracht. Diese Unterstützung ist natürlich eine erzwungene, aber weiter. Der Montagmorgen beginnt mit einer Versammlung um 10 Uhr auf der Jacharut von Beid Hanun nach Rafa. Die Startzeit wird bekannt gegeben und von diesem Zeitpunkt an werden alle Demonstranten in Massen losgehen, um mit tapferen Herzen in Richtung des Zauns zu gehen, bis er niedergerissen ist. Der Marsch wird von Lautsprechern begleitet, um die Menge zu entflammen und zu verhindern, dass die Gruppe zerstreut wird. Der Vormarsch wird hinter Bulldozern erfolgen, die den Zaun niederreißen und den Demonstranten den Weg freimachen werden. Die Demonstranten sind aufgefordert, entsprechend der Forderung zu handeln und ein Messer oder eine Waffe mitzubringen, sie unter ihrer Kleidung zu verstecken und sie nicht zu benutzen, außer wenn es nötig ist, Soldaten oder Einwohner Israels gefangen zu nehmen. Es wird darum gebeten, sie nicht zu töten, sondern sie den Widerstandskräften zu übergeben, da diese eine wichtigere Verhandlungsmasse ist, vor der sich Israel fürchtet. Es ist notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Scharfschützen von ihren Positionen zu jagen. Es ist notwendig, ihre Position zu offenbaren und Maßnahmen gegen sie gut zu planen. Kümmert euch nicht um Verwundete oder Tote, dafür sorgen die medizinischen Teams. Eure Aufgabe als Demonstranten besteht darin, weise zu handeln und den Anweisungen zu folgen. Was nehmen wir dann? Das ist natürlich eine organisierte Aktion. Es geht darum, letztendlich Israel zu vernichten, aber hier geht es natürlich in dem Fall erstmal darum, die Grenze einzureißen, um dann möglichst viele Juden umbringen zu können. Die Anweisung Israelis nicht zu töten ist jetzt nicht so eine humanistische Maßnahme. Also um sie als Verhandlungsmasse zu haben, ist notwendig, da es sonst die klare Ansage der Hamas ist, Juden zu töten, wo immer man sie trifft. In der Charta der Hamas heißt es im Artikel 7 Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Am 9. Oktober 2015 hielt der Kleriker Mohammed Salah Aburayab folgende Predigt in der Abrah Moschee in Raffa im Süden des Gaza Streifens. Unsere erste Phase soll lauten stecht die Juden ab. Sie haben keine Chance. Die zweite Phase soll lauten, wir werden die Juden nicht mehr vertreiben. Wir werden sie allesamt abstechen und abschlachten. Von solchen Sachverhalten redet man hier in der deutschen Presse von einem friedlichen Widerstand. Solche Leute vom BDS setzen sich jetzt hier nicht zum Boykott der UN WRA oder so etwas ein, sondern zum Boykott Israels in einer Weise, die die Palästinenser sehr oft viel mehr noch trifft als die Juden, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren und solche Dinge. Und noch mal weiter die Führungsriege der Hamas. Der stellvertretende Minister für religiöse Stiftung der Hamas Abdallah Yavu erklärt. Juden sind fremdartige Bakterien. Sie sind Mikroben ohne Beispiel auf dieser Welt. Möge Gott das schmutzige Volk der Juden vernichten. Sie haben keine Religion und kein Gewissen. Ich verurteile jeden, der glaubt, eine normale Beziehung mit Juden sei möglich. Jeden, der sich mit Juden zusammensetzt. Jeden, der glaubt, Juden seien Menschen. Juden sind keine Menschen, sie sind kein Volk, sie haben keine Religion, kein Gewissen, keine moralischen Werte. Und um das nicht zu vergessen, jeder soll erfahren, dass im April 2018, also letzten Monat, in Gaza die Hakenkreuzflacke gehisst worden ist. Wir wissen also dadurch allein schon, mit wem wir es hier zu tun haben, wem die geknechteten und gebeuteten Bacillen Bacillen Nenser folgen sollen. Sie sollen eigentlich virtuell hinter Adolf wieder marschieren, es genau nimmt. Wir haben das ja auch schon ausführlicher diskutiert, wie die Muslimbrüderschaften da entstanden sind. Da wurde weitgehend der europäische Antisemitismus exportiert, in arabische Länder, aber nicht nur in arabische Länder, auch nach Persien. dort sollte ja Hitler der unsichtbare Imam dann sein, der wieder kommt. Also das ist dann von dem deutschen Auslandssender da ja dann auch ganz propagandistisch ausgeschlachtet worden und es hatte wie man weiß ja auch großen Erfolg gehabt haben. die Bevölkerung glaubten an sowas und wir wissen bis heute werden solche Dinge in arabischen Schulen beispielsweise den Kindern beigebracht. das ist auch noch eine Wirkung der deutschen Propaganda wie sie in der Nazizeit betrieben worden sind. Wen wundert es dann dass auch gerade deutsche gerne mit dem Iran Geschäfte machen wollen. Da hat er ja da unter Bengel Gabriel damals noch Außenminister da mit seiner Israelkritik dann ja auch nicht irgendwie sich zurückhalten können und hat diese Kritik dann mit ein bisschen Eiertanz dann doch noch einmal wiederholt. Jetzt haben wir glücklicherweise einen neuen Außenminister Maas der bislang ja mehr schlecht bekannt war durch seine Maßregelung durch irgendwelche Netzzurchführungsgesetze also Maßnahmen der Zensur und im Internet und solchen Dingen der allerdings das muss man dann lobend erwähnen eher starke Töne gegen ja gegen Russland oder gegen gegen den Iran vorbringt und auch etwas anders mit Israel spricht als das Gabriel damals getan hat und wenn in Deutschland hinzukommt und anderswo ja auch über den Konflikt über den Östkonflikt berichtet wird sollte es eigentlich keinen einzigen Bericht und keinen einzigen Artikel zu dem Thema geben in dem dieser Hass in Palästina die Hakenkreuz Fahnen die dort geschwungen werden der deutsche Gruß nicht der Hitler Gruß der dort ja allzeit beliebt ist nicht auch übrigens bei der Hisbollah nicht das hat man ja mal gemerkt als der Saira Verlag in Freiburg eine Schrift herausgebracht hat wo Bilder von der Hisbollah auf dem Titelbild oder im Flyer abgebildet waren wo gezeigt wird dass die Leute dort den Hitler Gruß machen da wurde dann versucht den Verlag zu belangen das ist genauso merkwürdig wie wenn jemand verhaftet wird weil er eine Israel Fahne aus dem Fenster hängt oder dergleichen das ist ja auch schon passiert wenn man eine Israel Fahne aus dem Fenster hängt das sei dann eine Provokation weil da ja Antisemiten am Haus vorbeikommen um dort gegen Juden zu demonstrieren und da Hamas Hamas Juden ins Gas skandieren möchten und die möchten doch nicht von Israel fahren also belästigt werden dieser Hass ist eine der wesentlichen Wurzeln und Grund für den Konflikt und das darf nicht verschwiegen werden was meistens vorgeschützt wird geografische Konflikte also dass es um Land ginge oder so etwas ist verlogen wie verlogene es gar nicht sein kann wäre es um Land gegangen da hätte man ja alle Verhandlungen der letzten Jahrzehnte heranziehen können also zu zeigen ja das und das und das wurde von Israel angeboten aber nichts wurde dann angenommen und dabei können wir natürlich auch auf bestimmte Sachverhalte noch hinweisen der Sohn von Abi Ofarim ja auch ein Schauspieler und Sänger hatte er in einer Sendung hart aber herzlich hätte ich beinahe gesagt nein hart aber fair ja auch darauf hingewiesen dass diese Leute die Führungsspitzen in Palästina in der Hamas und PLO Fatah und so weiter im Grunde genommen ja gut davon leben können dass der Konflikt beibehalten wird und es sind keine Millionäre nein also Milliardäre sind es nicht die ihr Geld bekommen haben zu einem großen Teil von unseren Steuergeldern europäische Gelder die dann über UN WRA und solche Organisationen die nur noch eine Funktion haben Israel zu bashen von denen wird das finanziert während die Bevölkerung für die das Geld ja vernünftigerweise sein sollte nicht die armen Palästinenser die dort verheizt werden deren Kinder verheizt werden die hätten das Geld bekommen sollen und wenn das Geld nicht dort landet wo es aus humanitären Interesse landen muss oder müsste dann müssten wir das eigentlich mal so in einem riesigen Streichkonzert dann doch mal streichen um dann diese Führung spitzen die ja eigentlich nur um ihr eigenes Geld bangen darüber muss man sich klar werden also nehmt ihnen das Geld weg und sie werden höchstwahrscheinlich Frieden schließen flüssig lassen dann zu es das einem haben was das